Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren hier beim letzten Mal unterwegs und haben uns hier oben mittlerweile festgesetzt mit den Römern. Und genau, wir sollen jetzt hier eine große Schlacht gegen die Germanen schlagen. Allerdings bin ich mir unsicher gerade, wo wir hier hin müssen, weil das hier ist jetzt der einzige Weg, der noch übrig ist. Wir sollten uns hier beim letzten Mal aufbauen, das haben wir so halb gemacht. Ja, und jetzt sind wir hier am Fluss und ich weiß nicht, wo ich hier hin muss. Ah, hier, schaut mal. Können wir hier drüber? Ne, leider natürlich nicht, ey. Ah, verdammt. Oder hier hoch? Ne, das kann nicht sein. Hier geht doch der Weg weiter. Ah, hier geht doch der Weg weiter. Okay, ja, das kann natürlich gut sein, ne? Und, äh, ja. Nach wie vor an diesem Sonntagabend hier. Und, äh, boah, ich wollte euch das sagen, wir haben eine riesen Armee. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich hier ist mit der Schlacht. Zeige ich mir nochmal die Karte, bitte. Ah, Karte. So, das war ja, wir sind ja jetzt hier oben. Da oben sind wir jetzt und... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo die Schlacht ist. Keine Ahnung. Sobald sie bereit sind. Ja, aber ich bin ja bereit. Also eigentlich... Eigentlich kann es losgehen. Ich weiß gar nicht, was es hier jetzt noch gibt. Ich bin bereit für die Schlacht, Freunde. Was ist denn los hier? Nach Elysium, ja. Ja, toll. Sind wir wieder hier an unserem Ausgangspunkt. Und ich bin gerade echt ein bisschen überfracht, muss ich sagen. Kommt mal hier vorne hin. Äh, mal gucken. Also, ich habe diese Mission, wie gesagt, ja, noch nie gespielt. Na, deswegen ist das jetzt blind Let's Play für mich. Von Empire Earth. Aber hier können wir rüber. Das ist schon mal gut, weil... Wir müssen ja irgendwie hier das finden, ne. Wir müssen das irgendwie finden, tatsächlich. Dieser Schlachtpunkt hier. Wohl an, Milord. Ganz genau, Freunde. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Bei Empire Earth. Das ist ja mittlerweile das Add-on. Und ich muss sagen, ja, cooles Add-on bis jetzt. Nur wenn sie uns mal einen Wegpunkt geben würden, das würde ich gut finden. Weil wir sind jetzt hier in der Sackkasse gelandet. Das finde ich nicht so toll jetzt gerade. Aber was ist denn... Lesen wir gleich nochmal die Missionsbeschreibung. Wartet mal. Dieses alte römische Volk ist ein idealer Vorposten für die Ausbildung, sobald sie bereit sind. Bringen Sie Marius nach Patavium und Pisae und weitere Soldaten an... Und unterstützen Sie sie im Kampf gegen die Horde. Regierungsgeschick, um neue Soldaten anzuwerben. Ja, das haben wir doch schon gemacht, Mensch. Lassen Sie Bürger Palisaden errichten, um die Verteidigung zu unterstützen. Bilden Sie einen Verteidigungskreis um Quintus. Ja, wo ist denn Quintus, Freunde? Wo ist denn Quintus? Was ist das hier? Ne, hä? Verteidigungskreis. Hä? Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt. Scheiße. Das soll eigentlich nicht so sein in einem Let's Play. Aber... Ja, keine Ahnung. Also... Das ist vielleicht hier. Das kann ja auch noch sein, ne? Dass das hier irgendwo ist. Oder hier unten noch. Ein Verteidigungskreis um die rote Flagge. Pfff. Weil hier ist ja keine rote Flagge. Ne? Das ist ja alles ein bisschen merkwürdig. Gerade. Hier oben waren wir schon. Da ist Dead End. Hast du... Ach so, hier. Ach, hier hoch. Ja, okay. Können wir hier nochmal die Karte ein bisschen weiter erkunden. Ansonsten bin ich echt überfragt. Muss ich leider sagen, weil... Auf zum Sieg. Genau. Boah. Oh, Autosave. Pff. Erschreck mich nicht so. Das ist ja auch das Blöde, das man hier nicht rauszoomen kann, ne? Das ist ja auch ein bisschen zu komisch, ey. Für den Thron. Für den Thron, genau. Mit ganzem Herzen. Nicht, dass wir hier hätten... Hierher hätten müssen. Ne, das glaube ich auch nicht. So, diese Gräser hier, die sind ziemlich hoch. Ich weiß nicht, was das für Mutantengräser sind hier. Keine Ahnung. So, hier sind auf jeden Fall Kriegshunde. Warum sind hier Kriegshunde, verdammt nochmal? So. Das kann doch nur... Hier sind wir auch in der Sackgasse. Was ist... Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Hä? Nicht, dass wir wieder ganz hier runter müssen. Und dann hier zu diesem Dorf und dann hier weit. Oh, das kann gut sein, ne? Für den König. Aber warum haben sie uns denn hier oben hingeschickt? Pff. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also... Das ist jetzt gerade ein bisschen Sucherei tatsächlich. Zum Glück kann man ja die Spielgeschwindigkeit hier hochschrauben. Sodass die Fahrerei nicht so lange dauert. Oh, Mann, Freunde. Ja, ich sag's euch. Dann waren wir hier oben quasi komplett in der Ecke. So, das Spiel läuft dann nicht weiter, ne? Ne. Bauen sie eine M.E. auf, indem sie vier römische Dörfer besuchen und einige der Bewirker einziehen. So, dann gucke ich nochmal auf die Karte. Also, wir waren hier unten. Da waren wir. Da haben wir angefangen. Das Dorf haben wir, das Dorf haben wir, das Dorf haben wir. Wir haben drei Dörfer, ne? Wir haben hier nur drei Dörfer. Eins, zwei, drei. Dann haben wir hier die Insel. Okay. Das kann echt hier weitergehen. Auf der linken Seite. Auf der linken Seite. Hahaha, okay. Das heißt, die haben mich hier irgendwie... Irgendwie in die Sackgasse geführt. Keine Ahnung warum. Also, es geht scheinbar echt hier links weiter. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen... Gehen wir doch einfach mal hier weiter. Aber lieber entlang des Weges. Genau. Lieber entlang des Weges, Freunde. Nicht, dass ihr euch da irgendwie festlauft. Nicht, dass ihr euch da festlauft. Und ja, wie gesagt, also nach wie vor an diesem Sonntagabend. Und, ja, ich mache jetzt noch diese Folge Empire Earth zu Ende. Resident Evil werde ich dann später aufnehmen, weil wir kriegen gleich noch Besuch, tatsächlich. Und, ja, von daher kann ich heute leider keine volle Aufnahme-Session machen, diese zwei Projekte, sondern nur Empire Earth erst mal. Aber, ja, das sind... Das betrifft euch ja nicht. Das ist ja nur mein Ding, im Prinzip. Und, ja, dann würde ich mal sagen, hoffe ich, dass wir jetzt hier mal weiterkommen. Also, das ist ja wirklich... Was das hier oben sein sollte... Pfff, keine Ahnung. Republik Ruhe. Tja. Ich weiß nicht, ob ich da oben dann einen Palisadenturm aufbauen soll. Ich weiß es ja nicht, ne? Wisst ihr was? Ich mach das mal, bevor sie uns hier überrollen. Äh, Turmpalisaden, Apostroph. Was, ihr? Ne. Ah, gut, egal. Ähm, gut, wow. Dann hier, mach mal. Palisadentürme, so. Die kosten nämlich Holz statt Stein. Das ist auch sehr interessant. Bam, 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 bam. Wie diese geile Bucke hier, ey. So, dann... Mit ganzem Herzen erkunden wir jetzt weiter hier die Karte, so. Bin ich mal gespannt, was hier noch so ist. Das ist ja alles... Ja, da kommen wir auch nicht hin. Doch, da kommen wir hin, aber... Ne, ist auch eine Sackgasse. Das ist auch eine Sackgasse hier. Lustig. Okay. Dann nicht schlimm. Dann... Oh, was, 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 was? Was, was, was? Ich höre hier eine Kampfmusik. Boah, okay. Okay. Gut, für den König. Genau, dann müssen wir wieder zurück auf den Weg. Oh, wann. Äh, hat eine Sucherei. Aber ich habe hier eben eine Kampfmusik gehört. Also, wir sind gar... Wir sind nicht so weit weg, denke ich mal. So, einfach der Straße nach hier. Und ja, dann mal gucken, was hier noch so auf uns erwartet. Ja, der Tod auf den Heiden auf jeden Fall. Hinaus. Jawohl. Aber ich muss sagen, so tief reingezoomt, hat das irgendwie auch was. Mit ganzem Herzen. Also, da sieht man ja hier diese ganzen Berge richtig. Die Grenze. Genau. Mit ganzem Herzen. Was haben wir jetzt hier? Ach, wartet mal. Ich hätte hierher laufen können. Jetzt nicht euer Ernst, oder? Oh, nö. Äh, na gut, egal. Wir kommen auch von dieser Seite aus ran. Das ist kein Thema. Ich würde mal sagen... Einfach den Weg nach hier. Oh, das... Da, 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 da. Ah, ne, das ist nur... Das ist nur ein Kampfhund gewesen. So, alles klar. Dann speichere ich das nochmal, weil ich möchte nicht diesen ganzen Weg wieder her, wieder laufen. Und, äh... Genau, dann gucke ich mal, was es hier jetzt hier noch gibt auf dieser Seite des Berges. Ansonsten muss ich da hinten tatsächlich her. Ich weiß es ja nicht, ne? Lass doch mal die Hunde in Ruhe. Oh, die armen Hunde. Also echt wahr. So. Die metzeln hier die Hunde ab. Ja, gut. Hahaha, Kartenende. Ey Leute, ey Freunde, nicht, dass ich jetzt hier wieder hinten hinlaufen muss. Was soll ich hier machen? Könnt ihr mir mal ein Ziel geben oder so? Ich renne hier einfach orientierungslos über die Karte und, äh... Keine Ahnung, also hier oben ist ja auch eine Sackgasse. Hä? Hä? Wartet mal. Geht mal bitte zurück. Was zur Hölle? Äh... Probier das mal bitte aus. Bürger, könnt ihr hier hinlaufen? Probiert das mal bitte. Mach mal bitte einen Aufstoßtrupp hier. Also langsam bin ich echt überfragt, was das angeht. Irgendwie schon. Also langsam möchte ich auch mal wissen, wo hier das Ziel ist. Ach, Freunde, Freunde, Freunde. Können wir hier tatsächlich her? Wir können hier her. Aber ich weiß halt auch nicht, ob hier das Gebiet ist, was wir brauchen. Bam, bam. Ah, ah, okay. Nee, es ist hier. Hier ist nochmal was. Okay, aha, wunderbar. Wunderbar. So, dann haben wir jetzt auch bald alle Gegner eigentlich flatt gemacht hier, oder? Die Bürger noch, ja. Das waren jetzt auch nur ein paar Gegner. Das war jetzt auch keine Riesenschlacht. Hallo? Achso, ja, okay. Die müssen einmal komplett außen rumlaufen. Ich frage mich ja gerade echt, was das hier soll. Also. So, da werden wir nochmal angegriffen. Mit den Bürgern erkunde ich hier nochmal ein bisschen. Man hat überall diese Wälder, ne? Ah, schaut mal hier. Hier können wir uns treffen, okay. Alles klar. Ich hoffe, das war hier jetzt... Oh, schaut mal. Stonehenge, oder was? Da sind noch mehr, okay. Alles klar. Cool. Dann loslegen. Kaputt machen. Die Typen hier. Kaputt machen. So, da ist noch einer. Die... Was sind das für welche? Die Teutonen. Ja, genau. Die Teutonen, Freunde. So, nächste Schlacht hier. Ah, guck mal. Wir sind richtig... Ah, sehr nice, Freunde. Oha. Dann geht's jetzt aber mal los. Dann geht's aber mal los hier. Mach die Steinschleuder weg. Mach die Steinschleuder weg. Und vor allem diesen Turm weg hier. So, bäms. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Minarett. Hahaha, cool. Tod den Heiden. Ganz genau, Freunde. Ah, wir haben's gefunden hier. Sehr schön. Sachsenhunde, ganz genau. Das sind jetzt wirklich Sachsenhunde, weil die aus Deutschland kommen. Okay, Freunde, alles klar, dann... Oh Gott, geh mal aus dem Feuer da raus. So. Oh, KBM. Kaputt machen. So. Ist das hier noch irgendwas, was wir hier kaputt machen müssen? Wir haben ein kleines Dorf von den Teutonenplatt gemacht. Oh, noch mehr. Sehr schön. Keltischer, leichter Sperrträger, ja. Die haben keine Chance. Da schau ich das an. Wir haben hier eine Armeenmasse hier. Eine massige Armee. So. Aber die Frage ist jetzt halt... Lustig, ne? Könnt ihr da nicht rein? Nee, könnt ihr da nicht rein. Ich weiß, was ich hier noch machen soll, Bürger. Gibt's hier einen Durchgang? Oh, Gott sei Dank. Hier gibt's einen Durchgang. Nicht ganz so schlimm. Okay. Alles klar, ey. So. Vorwärts, genau. Also diese Mission möchte ich in dieser Folge dann definitiv aber noch schaffen hier. Was ist denn hier los, sag mal. Und ja, wir sollen hier eigentlich nur alle Gegner kaputt machen. Aber... Ja, gestaltet sich ein bisschen schwieriger als gedacht irgendwie gerade, ne? Die Bürger. Die sind hier gerade meine Vorhut, ey. Mein Spähtrupp, sozusagen. Aber ich weiß jetzt ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht, was mich hier erwartet. Keine Ahnung. Fakt ist aber, wir haben hier alles kaputt gemacht. Was wir erreichen können, im Prinzip. Gut. Kommt ihr mal bitte hier runter. Und die Bürger, die können wieder nach da oben zurück. So. In den Schutz der Palisadentürme. Genau. Und ja, dann bin ich jetzt echt... Das ist jetzt das letzte Gebiet hier, ne? Was wir hier haben. Sonst haben wir ja nichts mehr viel. Meine Güte. Also, dass sie das so verstecken müssen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Auf zum Sieg. Aber hier ist ja auch nichts. An die Säbel und Angriff. Hier ist ja auch gar nichts jetzt, ne? Auf zum Sieg. Also, irgendwas ist hier... Irgendwas ist hier krumm. Irgendwas ist hier echt krumm. Oder ansonsten schicke ich die jetzt auf Kreuzzug über die Karte. Ich weiß es nicht, ey. Ich weiß es ja nicht. Hier gibt's nix mehr. Auch hier gibt's nix mehr, Mann. Da unten kommen wir aber auch nicht rein. Da kommen wir auch nicht rein. Oder? Doch, da kommen wir rein. Aber... Ich glaube jetzt nicht, dass genau hier unten noch was ist. Ach, das ist doch bescheuert. Das ist doch echt bescheuert, Freunde. Ich kann's euch gar nicht sagen. Was ist denn das? Was muss ich hier machen? Bauen Sie eine Mähe auf? Ja, okay. Einziehen. Bauen Sie eine... So, ein Stämme. Ja, nicht in Stämme. Verteidigungsanlage. Diverse freie Männer haben sich... Okay. Bildungeinheiten auszubilden. Bilden Sie einen Quintus. Wo ist denn hier Quintus? Wartet mal. Wo denn? Da links das Dorf, das hatten wir ja auch schon. Quintus. So. Das ist die Geschichte. Nee. Okay. So. Ah. Da ist ja auch keine Möglichkeit mehr zu beschaffen. Schaffen. Sparen Sie. Okay. Aber wartet mal. Wenn wir uns die Karte angucken... Wir haben da ja echt nix mehr, ne? Wir haben nur noch hier oben ein bisschen was in der Ecke. Oben rechts. Aber da waren wir ja auch schon im Prinzip. Also irgendwas ist hier komisch gerade. Muss ich sagen. Also. Hm. Irgendwas ist hier saukomisch gerade. Oh Gott, Freunde. Äh. Das ist eine Sucherei jetzt gerade. Was soll ich hier machen? Ich weiß es doch nicht. Die Bürger mit den Bürgern noch mal ein bisschen erkunden. Aber... Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, was die hier von mir wollen. Echt nicht. Sorry. Die ist auch verteidigt, die Stadt. Beziehungsweise das Dorf. Also. Ja. Ähm. So. Komm mal. Nö. Doch, da kommen sie durch. Ich wusste es doch. Okay. Jetzt haben wir jetzt hier noch ein bisschen was. Was wir erkunden können. Ansonsten muss ich da noch mal gucken. Ist auch für den König. Okay. Ansonsten muss ich da echt noch mal gucken. Mit ganzem Herzen. Auf zum Sieg. Eure Befehle. Ja. Die Bürger, die können jetzt noch mal... Also ich bin gerade echt im Überlegen, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Hier oben könnte noch was sein, aber... Kein Plan. An die Säbel und Angriff. Kein Plan, um ehrlich zu sein, also... So viele waren das ja jetzt aber auch nicht, ne? Also, dass man da irgendwie Angst hätte kriegen müssen, waren... So viele waren das nicht. Verdammte Hacke. Mann, Mann, Mann. Was ist denn hier jetzt noch? Und hier oben war ja auch eine Sackgasse. Also, hier war ich ja schon überall. Ah, hier. Da war ich halt noch nicht, ne? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, die haben kein Holz mehr zum... Die haben nichts mehr zum Arbeiten. Ja, okay. Also, die vier Pferde nehme ich noch mal mit hier, aber... Nee, das kann eigentlich auch nicht sein. Da kommen ja auch keine Angriffe mehr jetzt, ne? Also, das ist wirklich eine Suchermission. Das ist wirklich eine Suchermission. Was ein Kack. Okay, was ein Kack. Ich falle gleich vorbei und ich hab keinen Fortschritt. So. Ach, doch, ich hab schon ein bisschen Fortschritt, aber halt auch nicht so viel. Ja, aber das ist echt... Das ist blöd, gerade. Das ist gerade echt blöd. Vor allem, wir sagen einem ja auch nicht, was man hier machen muss, ne? Ja, also, also... Wohin soll ich gehen? Mit ganzem... Keine Ahnung. Was marschiert weiter? Ach, ihr seid hinter dem... Ach, ihr seid so dumm. Ihr seid teilweise so blöd. Nein, Gott. Hier ist ja auch nix. Hier kommt man ja auch nicht hin. Nö. Es ist alles... Alles ausgerichtet. Ich weiß es halt nicht, ne? Weil das hier ist ja auch eine Insel. Ich kann die auch gar nicht anders bewegen, irgendwie. Die Bürger... Nee, nee. Was zur Hölle. Okay. Wartet mal, da muss ich gerade echt mal... ...ein Guide gucken. Weil, äh... Ja. ...de... ...de... ...f... ...Römer... ...lösung. So, Lösung. Okay. Okay. Nee, das war für das Originalspiel. So. Ach Gott. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen doof. Sorry dafür. Spult ruhig vor, wenn... griechische Kampagne. Ja, das habe ich doch alles schon gemacht, Mensch. Römische Kampagne. Ja. So. Okay. Dann gucken wir doch noch mal. Gucken wir mal, ob wir das irgendwo in einem Video finden. mhm. Ach Gott, Leute. Das regt mich gerade so auf. Sorry. Die sagen einem ja auch nix. Die sagen einem ja auch gar nix. Was zur... Wir können hier noch hin. Für den Thron. So. Äh, wir können da noch hin. Ja, aber... Hm. Das ist Mission 6. Ruhig nicht. Mission 5. Mission 2. Nee. Ach, verdammt. So. Hm. Da steht auch nix. Da steht leider auch nix. Ach Gott. Wenn hier jetzt nix mehr ist, Freunde, dann werde ich mal die Folge beenden. Und, ähm, sonst sehen wir uns dann bei der nächsten Folge wieder mit hoffentlich einem Lösung. Ey. Das ist ja wohl nicht wahr. Sollen das hier die Einheiten, die brauchen auch irgendwie ewig, bis sie da sind. Tja. Keine Ahnung. Also, ich finde gerade auch keinen Guide oder so. Ähm. Was machen die Einheiten hier? Wohin soll ich gehen? Hallo. Ihr sollt hier... Pff. Was zur Hölle? Ihr seid so dumm. Echt. Verschwendet nicht meine Zeit. So. Was zur Hölle soll wir hier machen, ne? Für Ruhm und Ehre. Es ist eigentlich eine sinnlose Folge. Aber gut. Äh. Wenn ihr uns halt keinen Tipp geben. Ja. Was soll man da machen? Vorwärts! Die Grenze! Die Grenze. Ja. Wäre schön, wenn wir die Grenze mal erreichen würden. Also echt. Was ist das denn hier für ein Mist, ey? So viel Zeit schon verballert jetzt dafür. Wenn ihr irgendwas gesehen habt, dann schreibt bitte in die Kommentare, weil es ist ja auch die Freitagsfolge. Und, äh, wenn ihr wisst, wie es weitergeht, sagt es mir bitte, falls ich das jetzt gleich nicht rausfinde. Ansonsten... Ja, müssen wir echt gucken, ob wir hier weiterkommen. Das ist gerade echt ein bisschen mau, muss ich sagen, vom Spiel. Also, da hätte ich mir ein bisschen mehr Klarheit erhofft. Republik Rom, ja. Okay. Aber hier sind wir auch eingesperrt. Oder? Hier sind wir auch eingesperrt. Ja, Freunde, okay. Ähm, gut. Dann würde ich sagen, jo. Warte ich mal auf eure Tipps und gucke, ich hole euch mal privat noch eine Lösung. Dann würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Äh, lasst die Glocke läuten, äh, würde ich mich sehr freuen. Erzählt jetzt gerne weiter den Kanal. Und, ja, bis hier hoffentlich weitergeht. Sehen wir doch beim nächsten Mal. Und, ja, dann würde ich sagen, wünsche euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss, tschüss. Tschüss.